Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen WordPress-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich einen WordPress-Anker setzen kann. Das ist eigentlich ganz einfach, wird aber recht häufig gesucht und ich habe dafür mal was vorbereitet. Wenn ich in meine WordPress-Seite gehe, finde ich hier eine Seite, bei der ich auf vier verschiedene Kapitel verlinken möchte innerhalb dieses Beitrags. Aber im Moment ist das nicht so. Das sehen wir auch hier. Wie mache ich das? Das ist eigentlich ganz einfach und besteht lediglich aus zwei Schritten. Zunächst ist es wichtig, dass wir hier Verlinkungen hinterlegen. Das ist ganz einfach. Wir markieren den Schriftzug, den wir verlinken möchten, klicken dann auf das Verlinkungssymbol und geben jetzt ein Hashtag und den Namen der Verlinkung, den wir haben möchten. Das ist jetzt keine Verlinkung auf eine andere Seite, sondern das ist ja hier Beitrag intern. Das heißt, ich nenne das Ganze jetzt mal Kapitel 1, denn es ist ja die Verlinkung von Kapitel 1. Hier wird das jetzt als internal auch erkannt. Klicken wir einmal an und jetzt haben wir diese Verlinkung, aber die führt im Moment noch zu nichts, denn wir müssen erst hinterlegen, wo ist denn Hashtag Kapitel 1. Um zu sehen, dass das aber auch noch mit anderen funktioniert, werde ich das jetzt hier beispielhaft auch noch für Kapitel 4 machen, also Hashtag Kapitel 4, damit wir sehen, dass das funktioniert. Klicken wir an und auch dieses hinterlegt. Jetzt müssen wir den Anker setzen. Und das ist ganz einfach. Dafür wählen wir einfach den Absatz aus, der als Anker dienen soll. Das könnte jetzt hier ein ganzer Textabsatz sein oder hier auch eine Überschrift. Und da klicken wir hier einfach mal vorne in den Absatz rein. Und dann ist es wichtig, dass wir hier von Beitrag auf Blog wechseln, falls das noch nicht geschehen ist. Und hier gehen wir runter auf Erweitert. Generell kann das je nachdem, welches Theme ihr benutzt und wie viele Plugins ihr habt, auch mal ein bisschen anders aussehen. Aber generell findet ihr das unter Erweitert. Und dann haben wir hier den HTML-Anker. Und den benennen wir jetzt genau so, wie wir auch diese Verlinkung benannt haben, allerdings ohne das Hashtag. Das heißt, das war jetzt das erste Kapitel. Wir nennen es also auch Kapitel 1 ohne das Hashtag. Und mit dem Kapitel 4 machen wir das genauso. Hier gehen wir auch wieder Blog erweitert und HTML-Anker und geben ein Kapitel 4. Prüft aber noch mal gegen, ob das funktioniert. Denn wenn es zur Verlinkung keinen passenden Anker gibt, dann passiert auf der Seite generell gar nichts. Wir speichern diesen Entwurf mal und sobald das geschehen ist, schauen wir uns mal die Testseite an, um zu prüfen, ob das auch funktioniert hat. Hier haben wir jetzt das Ergebnis unserer Arbeit. Wir sehen, dass wir jetzt hier Kapitel 1 und Kapitel 4 tatsächlich als Verlinkung haben. Und wenn wir es anklicken, dann sehen wir auch, dass es dorthin springt. Kapitel 1 ist jetzt ein bisschen zu weit oben, deswegen passiert da nicht viel. Klicken wir auf Kapitel 4, sehen wir, dass es hier in den letzten Absatz springt. Von daher, wenn ich das Ganze jetzt noch mal hier unten einfügen würde, dann könnte ich jetzt auch wieder hoch zu Kapitel 1 springen. Genauso auf diesem Wege könnte ich natürlich auch einen Anker setzen, der mich zum Anfang der Seite bringt, wenn ihr den noch nicht hier in eurem Theme eingebettet habt. Klicken wir drauf, sehen wir, dass das ja hier genauso funktioniert. Und ja, so komme ich hier ganz einfach durch meinen Beitrag. Das lässt sich natürlich auch durch Plugins hinterlegen. Allerdings ist es schön, wenn man nicht zu viele Plugins installiert, weil das die Seite auch langsamer macht. Und so kann ich mit diesen Ankern das Prinzip eines Inhaltsverzeichnis auch relativ einfach selbst herstellen. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao.